Jetzt dreht es sich und wir können sehen, dass das Gyroskop seine Position hält. Ein Teil der digitalen Medien, die wir genutzt haben, hat eben gut funktioniert. Ein Teil hat eher weniger gut funktioniert. Allerdings muss man durchaus erwähnen, dass es aufwendiger ist, diese virtuellen Meetings mit den Studierendengruppen durchzuführen. Ich bin vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik I, Innovation und Wertschöpfung, am Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Wir haben ein Fach kreiert, vor allem in der digitalen Pandemiezeit, in dem wir Studierenden verschiedene Punkte näher bringen wollten, sowohl als Wissenschaft als auch als Praxis. Dieses Fach heißt Designing Technology. Den Gegenstand, den ich heute mitgebracht habe, ist ein sogenanntes Gyroskop. Das Gyroskop ist repräsentativ für unseren Kurs oder den Ansatz in unserem Kurs, weil das Gyroskop so entstanden ist, um eine Lösung zu entwickeln, die tatsächlich reale Probleme in unserer Welt löst. Beispielsweise wird das Gyroskop verwendet, um die Orientierung von Handys im Raum zu bestimmen oder Satelliten in einem schwerelosen Feld zu verändern. Das Format in unserem Kurs hat sich gar nicht so stark verändert. Eher das Setting, in dem das Format stattfindet, haben wir versucht anzupassen. In einem digitalen Raum. Unter anderem haben wir eine Videoserie kreiert, in der wir versuchen, die hauptwissenschaftliche Methodik, die wir im Kurs beibringen, in ein komplett mediales Setting zu bringen. Wir haben aber auch genauso versucht, weitere interaktive Medien zu nutzen, um die Interaktion der Studierenden untereinander durch vielleicht so etwas wie ein Forum oder Chatfunktionen, Links zu anderen Medien außerhalb von Studdorn bereitzustellen. Eines der wichtigsten Ziele im Kurs war es ja, dass wir den Studierenden beibringen, wie Wissenschaft die Konzepte über unsere Design Science Research Methodik genutzt werden können, um tatsächlich reale Praxisprobleme zu lösen. Darum haben wir im Kurs jedes Jahr einen Praxispartner eingebunden, der die entsprechenden Fragestellungen oder auch Problemstellungen zur Verfügung stellt, die Case Challenge sozusagen bereitstellt, die die Studierenden dann lösen müssen. Diese Einbindung funktioniert jedes Jahr gleich, dass wir mit unserem Praxispartner sprechen und schauen, was gerade an Problemen, auch lösbaren Problemen ansteht oder zumindest Teilproblemstellungen, bei denen die Studierenden auch angemessen unterstützen können. In diesem Kurs haben wir zwei Leistungsnachweise, die die Studierenden zu erbringen haben. Auf der einen Seite haben wir einen praxisorientierten Leistungsnachweis für unseren Praxispartner, aber auch auf der anderen Seite für auch den zweiten Teil des Lehrkonzeptes haben wir einen Leistungsnachweis für uns, der eher wissenschaftlicher Natur ist, beides wird von uns bewertet, aber nur der praxische Teil, da nehmen wir natürlich auch das Feedback des Praxispartners mit hinein. Der praxische Teil der Prüfung ist eine Präsentation, die sollte auch businessorientiert sein. Da geht es darum, dass der Praxispartner sieht, wofür ist diese Lösung da, gibt es da eine User Story dahinter, wurde darauf geachtet, dass das Ganze auf den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe entwickelt wurde, konnten die ganzen Bedürfnisse systematisch abgeleitet werden und dergleichen. Was auf jeden Fall dabei geholfen hat, sowohl auf Studierendenseite als auch auf Studierendenseite, ist, dass wir den Kurs anhand des Berliner Modells entwickelt haben, was uns dabei geholfen hat, kompetenzorientierte Lernziele systematisch sicherzustellen, dass diese im Kurs auch erreicht werden und auch eben sicherstellt, dass wir die überprüfen können. Ein Teil der digitalen Medien, die wir genutzt haben, um eine asynchrone Betreuung der Studierenden zu liefern, hat eben gut funktioniert. Ein Teil hat eher weniger gut funktioniert und das würde ich nicht weiterempfehlen. So ist es beispielsweise so, dass Studonforen oder Chatfunktionen in der Plattform nicht so gut angenommen werden, lediglich zum initialen Finden der Gruppen oder zum Austauschen von WhatsApp-Nummern, damit danach effizienter kommuniziert werden können. Hingegen unsere interaktive Videoserie hat sehr, sehr gut funktioniert. Das haben die Studierenden sehr wertgeschätzt, dass sie da permanent diese Informationen zur Verfügung haben und darauf zugreifen können. Im synchronen Betreuungsformat haben wir sehr stark darauf geachtet, dass sowohl von Praxispartnerseite als auch von unserer Dozierendenseite immer ein Ansprechpartner zur Verfügung steht und auch regelmäßig Möglichkeiten für die Studierendengruppen da sind, auf uns zuzukommen, um mit uns zu sprechen und über Problemstellungen, weiteres Vorgehen sich auszutauschen. Der Praxispartner hat das sehr systematisch regelmäßig umgesetzt, dass man sich in allen ein bis zwei Wochenschritten trifft und in kurzen, agilen Sprints über das Thema spricht, so wie der Praxispartner es eben auch von seiner Arbeit gewohnt ist. Und wir haben das eher auf Abruf gemacht, weil der Fortschritt der Studierendengruppen eben sehr unterschiedlich ist und wir wollten eben genauso den Studierenden zeigen, dass es sehr wichtig ist, auch solche Themen eigenverantwortlich zu managen, um zu lernen, wann ist es denn wichtig, wann muss ich denn nach Feedback fragen, wann muss ich auf jemanden zukommen und das hat in der Regel eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Der Betreuungsaufwand im Projekt ist dadurch, dass wir von einem Präsenz in einen virtuellen Rahmen gewechselt sind, hat sich kaum geändert. Der Wert allerdings ist, das muss man durchaus erwähnen, dass es aufwendiger ist, diese virtuellen Meetings mit den Studierendengruppen durchzuführen. Einfach weil ganz viele Informationen über Gestik, Mimik und dergleichen oder auch im Ton verloren gehen. Das ist ein bisschen schwieriger. Hingegen die Terminfindung und dass man einfach von zu Hause oder jedem Ort in diesen Raum eintreten kann, in diesen virtuellen, ist natürlich wesentlich einfacher. Auch zwischen den Studierendengruppen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, von überall aus zu kommen. Wir haben einen englischsprachigen Kurs, den wir hier betreuen und die Studierenden kommen eben aus der ganzen Welt und gerade während Corona sind viele oder mussten auch viele nach Hause fliegen, bei der Familie unterstützen und dergleichen und konnten deswegen besser an der Gruppe teilnehmen, weil sowieso alles im virtuellen Setting war. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020